Hallo und Willkommen zurück zu einer Runde Dead by Daylight. Ich gehe wieder als Legion auf die Jagd. Äh, ja, meine Perk-Zusammenstellung seht ihr gleich unten rechts. Ich hab das jetzt nicht im Menü gestartet, weil das sonst immer zu lange ist. Genau, und jemand hat die Opfergabe für die Bethlehem-Vorschule gespielt. Ich hab auf jeden Fall Beobachten und Zuschlagen. Leider nur auf zwei. Macht sieben Meter weniger Radius. Da macht schon jemand Krach. Die Schwarze Rose. Haben wir damit schon mal liegen. Dann bin ich so weit weg. Ah! Ja, wurde er befreit. Ja, hast du dir so gedacht, Feng? Scheiße! 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 Ah, ah, ah! So, damit hängt die zweite. Oh, da hinten haben wir Fing wieder. Die scheinen alle keinen Spaß zu haben gerade. Ah, ah, ah! Ah, ah! 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 Ah, ah! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich glaube, das war eine schnelle Runde. Vielleicht kann er sich noch frei wickeln? Nein. Na, die hatten aber auch nicht wirklich Lust auf Legion, hat man so das Gefühl gehabt. Der lockt sich aus. Der stirbt. Und die letzte lockt sich wahrscheinlich jetzt auch aus. Ich habe Paletten kaputt, dass ich wenigstens dafür noch Punkte kriege. Ich muss auch noch mal den Generator treten. Na, wo ist Claudi hingekrochen? Keine Ahnung. Ich habe halt auch nicht zige Flüster oder Pirscher. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich hören. Und mein Spielsound ist noch sehr leise eingestellt vom Menü vorhin. Aber in der Zeit kann man doch recht weit kriechen. Ich habe auch nicht mehr die Flüster. Da sind die Vögel, sie lagen noch da wie ich es so im genietet habe, achso, da vom Haken, okay. Hier wird es wahrscheinlich auch noch schaffen sich frei zu wiggeln, weil da hinten keine Haken mehr sind. Nein, das sieht nicht aus. Ja, die Runde, die ging sehr schnell. Die haben noch nicht mal einen Generator geschafft, das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber wie gesagt, man hatte auch das Gefühl, dass ein, zwei von denen keine Lust hatten gegen Legion zu spielen. Die sind auch deutsch, wenn man so die Namen liest. So eine schwarze Hose. So eine schwarze Hose. So eine schwarze Hose. Ahem. Also wollen Sie uns schauen. Das war, was ich verstehe. Schwierig. Es war heiß. So, ja, da scheinen einige Probleme mit dem neuen Grafik-Update zu haben. Das ist leider so. Okay, das war nochmal eine Runde als Legion. Das ging flott. Und, ja, wir sehen uns im nächsten Video dann hoffentlich wieder. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Renne.